Gut dann. Ich bin eigentlich dafür benennen, Ralf Reichtsch um in Trunk Reichtsch. Wobei, er kriegt ja nicht genug. Also Glücksspiel liegt mir nicht, ich hab da kein Glück. Weißt du warst eben fucking erster. Erstmal, also ne Weile lang. Super Monkey Ball kenn ich aber auch, ist cool. Ja, ich hab jeden Teil davon gespielt. Cool, ich hab zwar nie gespielt, aber... Ich hab's zumindest gesehen und weiß, dass es echt cool ist. Jetzt bin ich mal gespannt, Ufa und dir am liebsten. Unten oder oben? Weil das sind alles so Spiele, die gibt's irgendwie nicht mehr in neueren Formen, oder? Ähm. Wobei es der Ufa Monkey Ball geht... Alter, fickt euch dann! Was drängt ihr nicht von der Straße ab, ihr kleinen Mr. Ufa? Ich hab niemal abgedrängt. Dreht er vielleicht nicht von dir? Alter! Ich kann's auch nicht gewesen sein, ich hab noch keinen von euch gesehen bisher. Weiß nicht nur, ob ihr vor mir oder hinter mir seid. Der war vorne Mr. Mutli. Na er war neben mir, bis er abgeschmiert ist, aber... Deswegen hab ich doch extra gesagt, dass ich es war. Malerweise gehe ich den Weg hier nicht, aber... Aber ich auch in der Nähe. Ja ne, also... Die Scheiße. Mal gegen Scheiße. Das ist wie ich eigentlich generell so stolz, warum eigentlich Ralf in dem Spiel ist. Aus dem Film. Der hat mit gar keiner Spielreihe wirklich was zu tun. Das ist ja sein eigenes Ding gewesen. Ich muss einfach sagen, ich fand Ralf reicht eigentlich als Film cool. Der war sehr genau gemacht. Er ist halt ein All-Star, deswegen ist er dabei. Ja. Ja. Wisst ihr, wie nah man an diesem fucking scheiß Böbelsturm entlang gehen kann? Ziemlich nah. Ich hab's noch nicht geschafft, dort rein zu fliegen. So auch mal so. Okay. Aber ich hab's immer wieder geschafft, dass wenn ich mal knapp daran vorbei bin, mich irgendwas getroffen hat. Das ist immer nett. Da geht mir das Herz auf. Okay, ich mach hier oben lang, also das erste Mal. Ich glaub hier oben kann man besser driften oder so. Zumindest. Ich finde unten lang driften, das wäre eigentlich am angenehmsten. Ich geh an meinen typischen Weg. Mal sehen, ob ich so langsam so ein bisschen an irgendwas rankomme. Ach so, ich komm auch mal so ein wenig tricksen. Oh... Ach so, ich komm mal wirklich tricksen. Ach... Schau mal wirklich tricksen. Dankeschön. Ach, vielleicht noch ein bisschen näher. Ah, da... ich seh Trunky. Was, wie? Wo? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Danke, dass du vor mir alles kaputt machst. Ja, du gehst auch hier lang. Dann geh ich mal den anderen Weg. Oh nein. Immer diese Drohnen. Lifecard Trunk, ne? Alles gut bei mir. Sehr schön. So, die ganzen Anfangsdingen habe ich schon viel zu oft gespielt. Es tut mir ja leid. Ja, nicht nur du. Oh, nicht schon wieder! Bein, zwei Spiele haben wir auf einmal. Leute! Nein! 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 Das war richtig arschlochmäßig. Im Ziel! Vor allem noch an der engen Stelle. Ne, der hat mich jetzt noch überholt auf dem letzten. Alter, ne. Nur weil der mehr Beschleunigung hatte als ich in dem Moment. Aber ist cool, ist cool. Guck dir die Zeiten an zwischen dem dritten und mir. Ja. Mann. Ich weiß nicht, ich kann noch ein anderer jetzt meine Schecke auswählen oder kannst du nur du wei? Als Horst, äh, Horst. Das klappt nur ich. No. Und dann müsstest du halt Horsten. Das ist wieder Arbeit. Ja, ja. Nice. Das Ding habe ich sehr gemacht. Ah, gut. Next. Rennen. Wähle die Strecke. Ach, ich mach erstmal random. Komm. Irgendwas wird schon weiter rauskommen. Ja, wir sind ja so einfach, ne. Ja, also. Ich möchte ja so, äh, äh. Charakterauswahl. Amigo. Ausgeglichen. Ja. Nein. Darauf lass mich jetzt nicht ein. Nein. Ja, ja. Nein. Nein. Mal gucken. Was Chunky Boy dann gleich hat. Ja. Du bist. Mach mal nimmst du verschwenden. Ja. Ich auch so. Und gar nix willkommen. Ich kriege es auch geil. Jaja. Da war ich richtig durch den Namen anfangen. Oh, nee. Ach, fuck. Ich hab dich geschafft. Und los. Wai. Richtig. Hm. Wai. Wai hat ein boost drauf. Auf jeden Fall. Ah, der wicklinger ja auch. Ja. Voll. Freiweil. Doch, Mann. Aber vorher, die macht ganz gut was in Geschwindigkeit. Ja. Das Problem hat er gesagt, es ist halt ein Mädchen. Mädchen könnte man nicht fahren. Von daher. Hallo Amy. Gerade wollte ich gebrochen. Und da ist ein Eggman. Ich bin auch ein Eggman. Der Eggman wäre halt auch ein Charakter für dich eigentlich. So gesehen. Aber fang ich einfach keine Items. Gerade wäre ich so blöd dafür. Au. Au. Deine Schuld. Nein. Danke. Du hörst du kaum nicht mal vor dir. Au. Das finde ich halt auch nicht, wenn man die Leute gerade so im Trif trifft. Fuck you. Im Trif trifft? Warte. Nein. Habe ich dich runtergecheckt mit meinem Trif? Ja, wegen euch bin ich von... Ja, und du hast sogar deinen verdammten Kugelfisch auf mich gesetzt, als ich runterfliege. Jetzt bin ich unten. Auf den neunten. Achten. Junkie. Alter. Ganz ehrlich. Wir müssen Bye Bye fertig machen. Dafür. Was? Wen müsst ihr fertig machen? Nein. Quatsch. Nein. Scheiß Reverse von Willowin. Okay. Mal Mal, what a kill in the bye bye. Ich habe eh einen Fehler gemacht gerade. Ah, man. Wie dann hat ich gebraucht, um dich zu verstehen? Ein einfach Freund. Ja. Ah, sehr schön. Ich muss sagen, ich finde, das Fliegen halt echt am schwierigsten insgesamt. Nee, fliegen war ich eigentlich da mehr. Also ich finde das Wasser und schreit. Das Wasserzeug, die wir am liebsten. Ja. Außer die Ring-Vision. Die sind mit unterzieben. Nicht. Was? Ist da ein Schwarm? Ja. Fuck you guys. Why the hell not, ha? Hallo, Aggie. Mag dich, Aggie. We are the All-Star Team here. Ah. Sorry, why, why, it was the my, my. Was sind die? Fertig gemacht? Ja. Gut so. Aber es ist so verwirrend hier am Anfang. Also wenn du das... Fick dich doch mal, du kleines Drecksstück! Oh Gott. Oh Gott. Der Schwarm. Geil, der Schwarm hat das Feld freigemacht für mich. Also Leute, ich kann es ja verzeihen, wenn wir jetzt auf den ersten Platz irgendwie wegbekommen da vorne. Pass auf, die sind nicht nett. Ich mag es eigentlich, sehr schnell das Spiel angelehnt. Ja, ja, das... Das Boss-mäßige, ne? Ah, das... Ne, das waren noch... Die Stage-Cook habe ich sogar aus Sonic Colors und da wurden die... Ja, ja eben, das kommt aus Sonic Colors. Aber das waren keine Boss-Mäßchen, ich traue. Das war ganz normal, was auch das Spontane auf der Stage-Cook. Ja, ja, ja. Warte, ich wäre glücklich, wenn ihr mich in Ruhe lässt. Last. Oh ne, kein Schwarm, ey. Ah, ich glaub das wird bei mir nix mehr jetzt. Danke! Ah, verdammt. Monkey wins! Oh, dieses Anstieg. Bye-bye Zweiter! Ja, ja. Oh, Chunky hat den... ne, den anderen Affen hab ich ansonsten. Aber der ist cool. Hattet ihr beide Zufall? Ne, ne, ich hatte meinen Affen, wie immer. Achso. Amigo! Ja. Er ist nicht freigeschaltet. Oh, Beschleunigungskipp, sehr schön. Eindlich mal. Achso, wenn man... ah, Sternchen ist dann Max Level oder was? Ja. Okay. Sechst du schon? Du kannst jetzt noch den letzten Mod irgendwie selber noch separat freischalten. Konsole-Mode oder irgendwie sowas, oder All-Star-Mode irgendwie. Ah, okay. So, also ich lass wieder auf zufällig. Okay. Ist eigentlich sehr interessant, mach mal die anderen kennenzulernen dadurch. Ich hab noch nicht so viel freigeschaltet. Ja, ich mach... Ich hab ja erstmal so eine Sache gehabt aus Shinobi. Okay, gut. Ähm... Ne, ich mag einfach so ein bisschen was mit den Ein- und den Affen-Spiel-Leveln immer. Amiga. Ich hab halt drei Stunden auf Maximum. Das wollte ich eigentlich auf Eggman warten. Und ich weiß nicht wann Eggman kommt und ich hab schon jetzt 128 Sterne, aber es reicht noch nicht mal, um normal weiterzumachen. Weil ich 160 Sterne brauche. Krass. Wie du einfach gesucht hast. Du hast das Spiel, glaub ich, fünf Stunden lang gespielt miteinander, dann am Stück. Und dann bis vier Uhr morgens oder so. Glaub ich, ne? Hm, nicht wirklich. Ich hab's gestern dann halt mal so... ...drei Stunden gespielt. Weil es doch Spaß gemacht hat und heute mal zwei Stunden.